Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial, und zwar zum Extreme Reactor Stromerzeugungsturbinen-Dingsbums. Kann man gerade schlecht beschreiben. Naja, faktisch, ihr wisst ja, ob ihr schon wiederkriegt, dass Extreme Reactor im Grunde der Nachfolger ist von Big Reactor. Übrigens, werdet ihr das hier sehen möchte, ich habe dazu noch ein Tutorial gemacht, von zweitem eine unnötige Wasserquelle, beziehungsweise überhaupt eine Wasserproduktion, die auch noch cool aussieht. Ich finde die so richtig nice, als Multi-Block absolut geil, ist kein großer Aufwand. Schaut es euch an, ich werde es bestimmt in der Videobeschreibung verlinken können, beziehungsweise in der Endcard. Ja, so, genau, hier obligatorisch der Hinweis, denkt dran, das ist hier Modpack 1.10.2 im Diabolt Presence. Kann natürlich sein, dass es aktuell wieder eben schon andere Versionen gibt, wo es vielleicht eventuell anders funktioniert. Hier ist es jedenfalls so, wie es hier ist. Es funktioniert auch 1.10.2, sieht ein bisschen blö aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Extreme Reactor. Ich meine, jeder weiß natürlich, das heißt jeder weiß nicht, wie man Extreme Reactor, oder wie man Beat Reactor, wie früher hieß, aufbaut, da hat sich dadurch geändert, sollte man eigentlich nicht wissen, wenn mit den Casings, ihr könnt da Kühlmittel drin packen, Kriotierung gibt es hier in die Modpack nicht, also habe ich hier Diablöcke genommen in drin als Kühlmittel, ich habe hier vier Lumium-Brennstäbe drin, und wird normalerweise, wenn ich jetzt den Fluid-Port weglasse und so weiter, werden hier um die 2,8 oder 2800 RF produziert, ist halt nicht viel, hat für meine Serverwelt eben auch nicht ausgereicht, dadurch, dass wir da sehr viel Strom verbrauchen, und gerade wenn du RF-Tools brauchst, geht das nicht, reicht das nicht. Also hat gesagt, okay, ich muss die Turbinen mit zur Hilfe nehmen, denn ich brauche wesentlich mehr Strom. Wenn ihr die Turbinen mit betreiben wollt, ändert sich der Aufbau von dem Big Reactor, Extreme Reactor, Entschuldigung, ändert sich leicht, denn was ihr braucht, ist definitiv ein, ja, so ein Kühlanschluss, oder besser gesagt, ihr braucht zwei sogar dafür, ihr braucht einen Kühlanschluss für Wassereingang und einen für Dampfausgang, denn durch diesen Kühlanschluss ändert sich auch das Inventar, die Dewey von dem Reaktor, dann seht ihr hier unten nämlich Wasser und Gas, Wasser kommt rein, Gas geht raus. Wie hoch der Anteil ist, das seht ihr ja hier. Hier habe ich übrigens nur eine Creative-Geschichte drin, einfach nur, weil ich hier keinen Wasseranschluss habe, also hier ist wirklich der reine Wasseranschluss als Creative drin, weil Wasser braucht da doch etwas mehr. Jetzt zeige ich euch vielleicht noch in meiner Serverwelt, wie da aussieht, und da sind einige Pumpen, die noch nicht ausreichen. Aber gut, das dazu. Jedenfalls, wenn ihr den, obwohl, das kann ich euch ja gleich wieder zeigen, der Kühlanschluss, den hat ich jetzt hier nicht, dann nur für die Turbine, natürlich, wenn ich aufgepasse, ist auch okay. So, zack, wir nehmen noch die Branch von Extreme Reactor, Blau heißt Eingang und der Rektik, Rot heißt Ausgang. Ist also alle, die normal sind halt auch, das ist so eigentlich üblich. Einzige Ausnahme ist jetzt, wenn ihr den, ich will ja keinen Müll rumliegen haben, wenn ihr die, ach so, weil ich die ausgeschaltet habe, Gibt's doch gar nicht. So, machen wir da hin, fertig. Wenn ihr die Turbine schaltet, und zwar ist hier, gibt's ja auch diesen Kühlanschluss, wie auch immer, nennt sich halt hier Turbinen, oder Turbinenflüssigkeitsanschluss, oder wie auch immer. Also dasselbe, was ihr bei Big Reactor habt, habt ihr bei dem Reactor, habt ihr eben auch bei dem Turbinegehäuse, ist eigentlich ein ähnlicher Aufbau. Ihr braucht dazu einfach nur eben die Turbinegehäuse. Genau wie beim Reaktor, müssen halt die Grundfläche, die Ecken, müssen aus dem Reaktorhäuse sein, und der Rest kann im Grunde mit dem Reaktorglas, ne, faktisch mit dem Turbinenglas, aufpassen beim Körfen, Reaktorglas, Turbinenglas, könnt ihr halt den Rest mit dem Turbinenglas ausfüllen, alles, kein Problem. Dann, was braucht ihr noch dazu? Ihr braucht noch einen Controller, wie sonst auch. Wir brauchen Motorblätter, wir brauchen die Welle dazu, wir brauchen den Flüssigkeitseingang, Ein- und Ausgang, so rum, wir brauchen den Halter für die Welle, und wir brauchen den Stromausgang. Also der Controller sieht im Grunde halt, ja, hat von der Funktion her, ähnlich wie beim, bei Extreme Reactor, halt, der ist hier, ne, seht ihr hier, zack, 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 aber da kommen wir gleich zu. So, sieht der so aus, das haben wir. Und, genau, ihr braucht ganz normal eben den Stromausgang, ne, das ist üblich, ihr müsst ja den Strom irgendwo dann auch verbrauchen, oder ihr wollt dann den Strom verbrauchen, und ihr braucht natürlich hier noch einen Eingang für das Gas. Und da ist es leicht zu merken, ihr habt hier Dampfausgang des Brot beim Reaktor, und genauso ist hier der Eingang, für den Dampf, für Gas, ist auch rot. Und nur so, könnt ihr den Dampf hier einlaufen lassen. Und wenn ihr natürlich Dampf einlaufen lasst, der die Welle bewegt, der die Rotoren bewegt, entsteht natürlich Wasser, Kondenswasser, wie auch im normalen Leben, und dieses Kondenswasser, müsst ihr wieder rausziehen, da ist es wieder eben einfach, blau, also ihr müsst, mit dem, mit dem, mit der Branch, müsst ihr einfach die Farbe halt ändern, ne, ganz einfach, blau an blau, hat aber auch nur damit zu tun, dass eben dieser, oder dass die Turbine aus demselben Mod ist, wie der Reaktor, also sprich die Hörer zusammen, von daher ist es farblich etwas leichter zu erkennen. So, wir machen den Tag, denn die Gussleim ist Schatz. Ja, das wäre zumindestens der Außenanschluss, jetzt müsst ihr natürlich in drinnen noch zusehen, dass die Welle sich dreht, beziehungsweise, dass sie funktioniert. Da gibt es ein paar Besonderheiten, aber es ist auch nicht wirklich aufregend, so einfach zu verarbeiten, wie gesagt, die Rezepte lassen wir einfach jetzt auch schon vor. Das Erste, was ihr braucht, ihr braucht im Grunde halt den, ja, nennt sich Bearing, schafft, also ihr braucht im Grunde den, äh, den Wellenanschluss, also die Welle muss ja auch irgendwas gelagert sein, nur in der Regel halt ein Google-Lager oder irgendwas im Motor, ich habe gerade die Fachbezeichnung dafür nicht im Kopf, und die müsst ihr einfach nur anschließen, verbindet sich automatisch, ab und zu habt ihr so ein bisschen, zum paar Grafikwachs, da verschwinden die, aber ihr seht halt, aufgrund der Umrandung, dass das, was immer da ist, ich hoffe, dass jetzt eine Aufnahme nicht oft passiert, und ihr müsst von den Rotorblättern, von den Blades, Blättern, Blades, Kling, wie auch immer, müsst ihr dann einfach nur an alle vier Seiten jeweils, ein so ein Ding anbringen, sieht ein bisschen komisch aus, aber aufgrund der Blockumrandung, kann man das nicht erkennen, hat man das, hat man das, hat man das, so, und damit hätten wir jetzt, das auch schon fertig, ob ihr jetzt nur ein Rotorblatt anschließt, oder ob ihr jetzt, hier ist unser Grafikwachs, von dem ich gerade gesprochen habe, das passiert ab und zu mal, hat aber nur noch nichts zu tun, alle checken, ob ihr jetzt nur ein Rotorblatt, oder zehner anschließt, wird es euch überlassen, wichtig ist nur, dass ihr, weil die Turbine kann maximal 16 Blöcke groß sein, insgesamt, sprich also, es macht durchaus Sinn, wenn man die Rotorblätter maximal 10 facht, also sprich 10 Rotorblätter, 10 Propeller, wie auch immer, laufen lasst, denn ihr braucht hinten noch ein bisschen Platz, denn ihr braucht was Metall, ihr braucht metallene Blöcke, in dem Fall habe ich jetzt hier Manulin genommen, Diamant funktioniert nicht, Eisen funktioniert, und Manulin funktioniert, und kann sein, dass Gold auch funktioniert, bin mir aber gerade nicht sicher, ich war nur etwas erstaunt, dass Diamant nicht funktioniert, aber ist klar, denn Voraussetzung ist, es soll Metall, ihr braucht Metallblöcke, und Diamant ist nun mal kein Metall, Diamant ist, lasst mich lügen, ein Kristall, ob der dicke Kristall das gerade gehört hat, naja, gar nicht, mag ich, ja, folgendes, also, ihr habt, ja, hier hinten übrigens, ist ein ganz normales, äh, äh, Turbinen, Gehäuse, Teil, könnte ich hier auch Glas rinsetzen, aber sieht nur ein bisschen doof aus, wenn man jetzt die Welle von hinten sich drehen seht, und vor allem, ihr müsst, die Metallbrücke, die ihr außen um die Welle rum legt, die dürfen sich nicht, rechts und links, und oben und unten, mit dem Gehäuse, falsch, dürfen sich rechts und links nicht, mit dem Gehäuse verbinden, oben und unten dürft ihr halt schon, wenn ich ein bisschen kleiner mache, das funktioniert, aber, äh, ihr dürft nicht zu viel, zu viel drinne haben, sagen wir mal so, aber, deswegen schaltet er sich eh nicht scharf, ne, das ist ja auch so ein Multi-Block, ganz normal, wenn ich jetzt mal hier eben rausnehme, so ein Ding hier, zack, seht ihr ja, funktioniert, wenn ich jetzt zu viel drinne hätte, angeteilt, hätte ich mit einem Rechtsklick, wenn ich jetzt den starten will, würde er mir sofort anzeigen, ja, äh, zu viele Metallblöcke drin, oder wenn ihr Diamant reinpackt, sagt er, ja, ich habe hier keine, ich habe hier zwölf andere Blöcke, die kein Metall sind, es dürfen nur Metallblöcke, sich in die Welle rum befinden, steht das zwar auf Englisch, aber ist leicht zu verstehen, ja, das ist jedenfalls die Grundvoraussetzung, damit ihr Strom produzieren könnt, das funktioniert auch, eigentlich ganz einfach, sieht nur gerade ein bisschen unvermisch aus, weil die Kappe immer Stück für Stück ein bisschen größer gemacht, weil ich wissen wollte, ob der Maximalrahmen, mit einem kleinen Rahmen mithalten kann, beziehungsweise ob der Kleine mit dem Großen mithalten kann, und ich muss sagen, aufgrund dieser Konstruktion hier, bin ich natürlich jetzt erstaunt, dass der kleine Reaktor mehr bringt als der Große, ne, wie ihr gerade gesehen habt, er war ja hier bei, ich weiß nicht, 1200 Umdrehung, ähm, hat ungefähr 6000 RF gebracht, also 6 Kilo RF, und der Kleine, der sich jetzt hier auf, ja, fast optimal bewegt, die Verlusten einstellen, äh, bringt hier 1000, oder 8.360, 8.970 RF, ist also wesentlich mehr, ja, ihr müsst auch aufpassen, das ist übrigens die Krux, bei dem Ding, deswegen werden die wahrscheinlich auch viele nicht benutzen, ihr müsst aufpassen, dass ich, der Dampf, oder das, ähm, immer genügend Dampf, in der Turbide ist, der Dampf, klar, kommt aus dem Reaktor, haben wir ja gesagt, und der Dampf selber, wenn der sich hier noch, äh, sagen wir, in einem Maß befindet, und sich auch nicht weiter nach unten bewegt, vom Bestand her, würde den Ding auch weiter loben, und weiterhin den Strom produzieren, ihr seht ja hier, Rotereffizienz, ihr seht also, ein Rotorblatt schafft 25 Millibuckets, so, bla, bla, oder braucht 25 Millibuckets, und so weiter, äh, ist sie mich, naja, das heißt schwierig, schwierig ist das nicht, ist eine reine Rechenaufgabe, Rotorblades can only fully captured, also das heißt, ein Rotorblatt kann 25 Millibuckets, äh, von einer Flüssigkeit verarbeiten, sagen wir jetzt mal, Flüssigkeit, Dampf, Fluid, Dampf, ist eigentlich keine Flüssigkeit, aber, äh, wird jetzt hier so dargestellt, ist okay, wir haben vier Rotorblätter um die Welle rum, jeweils pro, macht 24, 25 mal 4 sind 100, also, ich hätte hier eine Sonne ohne Regen, wird der Regen jetzt hier auf, hallo, äh, Wetter hier, torbel weg, wieder schlag umgestellt, okay, ja, ne, äh, genau, vier Rotorblätter, A25 Millibuckets sind 100, sprich also, das NIO Kabel schafft alleine 100 Millibuckets, ja, das sieht man, wenn man in der, in der, also ich habe jetzt hier die Druckleitung genommen, einfach nur, weil die Druckleitung, nach sowohl, die Druckleitung, äh, auch das Wasser nach oben transportieren kann, ihr seht, äh, eine maximale Extraktion von 100 Millibuckets pro Gig, wenn man die Kabel miteinander verbindet können, haben sie einen Durchlass von 400 Millibuckets, aber ist jetzt mal egal, geht nur um die reine Rechenaufgabe, ne, einmal Rotor, vier Blätter, 825, gleich 100, eine Leitung, gleich 100, ergo, brauche ich pro Rotorblatt, auch ein, Flüssigkeitsanschluss, denn nur so, ja, ihr seht, ich habe hier übrigens 8, Kombinationen drin, ne, 8 Rotor, 8 Rotoren, wie auch immer, sprich, äh, 8 mal 4 sind, was ist denn, 32 Rotorblätter, ne, und habe hier auch, denn dementsprechend, 8 Kühlflüssigkeiten, äh, Kühlflüssigkeitsports angeschlossen, nein, Dampfports angeschlossen, und habe hier aber auch jeweils, jetzt sieht es hier so ein bisschen wüst aus, mir 8 Ausgänge von dem Reaktor geholt, für den Dampf, alles kein Problem, die Kabel verbinden sich zwar, äh, aber könnt ihr mit einer normalen, Gita-Brench, könnt ihr die Kabel trennen voneinander, setzt aber voraus, ihr habt genügend Wasser, im Eingang, wie gesagt, ich habe hier die Kreativzelle drin, einfach nur, weil ich jetzt hier keinen Wasseranschluss, zu legen wollte, noch zusätzlich, ansonsten wird noch, übensichtlicher, aber das seht ihr, wie gesagt, gleich an meiner, auf meiner Serverwelt, aber dadurch wird hier noch Dampf, denn nicht nur den einen kleinen Reaktor, der wird hier betrieben, sondern der große eben auch. Ich hoffe, das war soweit verständlich gewesen, ist ein bisschen, ja, schwierig. Jedenfalls hier braucht ihr, theoretisch, braucht ihr hier kein, äh, Stromkabel mehr anschließen, oder keinen Stromport mehr anschließen, weil der produziert keinen Strom mehr, no energy. Die Energie kommt jetzt von den Turbiken. Ja, also hier habe ich bei mir keinen Ausgang mehr festgestellt, kann sein, dass vielleicht in einer anderen Version wiederum funktioniert, hier ist es gerade derzeit nicht, deswegen sage ich es lieber, ne, dafür gibt es ja Mod-Updates und Extreme Reaktor funktioniert eben immer noch einmal frei. Turbinkontrolle, eigentlich auch nicht schwer, wenn man das Prinzip verstanden hat. Wir hatten ja gesagt, ein Rotorblatt, eine Leitung, alles gleich 100. Sprich also, pro Rotorblatt, oder pro Rotor, wie auch immer, können wir 100 Millibucket an Dampf einlaufen lassen. Das heißt, ich sollte hier auch, wenn ich übrigens die Stellungstaste hier drückt halte und dann klicke, dann geht hier um 100 runter, statt die Shift-Taste hier drückt, ist es nur 10. Muss man sich halt langsam rantasten, gucken, dass der Dampf voll ist und pro Rotorblatt, also pro Rotor, vier Blätter, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, 100 Millibucket in dem Fall. Sprich also, ihr könnt hier maximal 800 Millibucket an Strom einlaufen lassen. Aber ihr seht schon, es geht langsam, der Dampf geht langsam wieder runter, aber er hält konstant immer noch sein Füllvolumen. Wenn ich jetzt natürlich, so, machen wir diesen hier, wenn ich jetzt so rübergehe, wenn ich jetzt zu viel Power von den Rotoren abfallange, dass sie also mehr Dampf verbrauchen, machen sie das auch, solange bis der Dampf leer ist. Ich könnte jetzt mal hier eins kurz mal ein bisschen provozieren, gehen wir mal hier auf 900, er schafft sogar noch mehr, hopp, zack, seht ihr, ist der Dampf leer. Und damit geht auch der Stromverbrauch dann gleich runter, weil die Rotoren sich nämlich gleich nicht mehr bewegen können. Noch geht es aufwärts, kann ich euch beruhigen, ist gleich vorbei. So, wir gehen aber hier mal wieder einen runter, einfach nur, weil es richtig ist. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein Optimum am Dampfverbrauch, 8 Rotoren A100, 800 Millibucket wertet Maximum. Ich gehe gerne noch um 1 Millibucket runter, also sprich, ich könnte jetzt hier pro Rotor 99 Millibucket reinheben, einfach nur zur Sicherheit, dass ein kleines Mü-Dampf mehr in die Turbine läuft, als verbraucht wird. Einfach nur, damit ich sicherstellen kann, dass der Dampf immer genügend vorhanden ist. Und ihr seht also auch, wenn man jetzt hier auf die Beschreibung halt guckt, bei 900 und 1800 Umdrehungen laufen die Rotoren angeblich am idealsten. Alle über 2000 Umdrehungen kann zu kircherlichen Katastrophen führen.